Ich habe auch gedacht, als ich gehört habe, wofür jetzt hier diese Bus-Mahn-Mahle da stehen. Man nutzt uns schon mittlerweile als Werbeplattform, dass man das jetzt hier montags schon hinstellt. Aber in Ordnung, ist ja für eine gute Sache. Das Schöne ist, mit den vielen Mahnwachen, wir haben es schon erlebt, ich hatte leider noch nicht die Möglichkeit, außer unsere bundesweite Mahnwache, die wir mal am 19. Juli hatten. Da war ich dann in Berlin, aber ansonsten nicht auf eine kleinere Mahnwache, eine andere Stadt zu fahren. Aber wir haben schon mehrmals Menschen von anderen Städten hier. Es ist einfach schön zu erleben, wie die sich sofort zu Hause fühlen. Und das ist auch eine ganz tolle Geschichte, dass man sich austauschen kann, wenn man in Urlaub fährt oder irgendwo hinfährt oder dienstlich irgendwo ist und da ist eine Mahnwache, fährt man in und man ist da genauso zu Hause wie hier. Und das ist eine ganz tolle Geschichte. Ulrich ist jetzt seit ein paar Wochen aus München hier oben bei uns beruflich und wollte jetzt gerne auch noch mal ein paar Worte an uns richten. Sonst ist er auf der Mahnwache, wie gesagt, in München. Und heute noch mal wieder hier bei uns. Ulrich, bitte. Vielen Dank. Ich habe heute ein paar Themen dabei. Zunächst einmal wollte ich mir auch ein bisschen die Seele vom Leib reden. Oder wie sagt man, über das, was wir am Wochenende ja alles gemeinsam erlebt haben. Zunächst einmal eine wunderschöne Nachricht. Es gibt Waffenstillstand in der Ukraine. Voroschenko und die Separatisten sitzen an einem Tisch und unterhalten sich. So wie ich es verstanden habe. Das wäre ja eigentlich eine ganz große Hoffnung. Und dann stellt man fest, die NATO der Westen reagiert mit weiteren Angriffen auf Russland. Das heißt, der Waffenstillstand ist nicht gewollt. Das kann man ganz deutlich sagen. Und ich sage mal, was ich hier sage, das sage ich ja auch ein bisschen in der Absicht, Argumente zu liefern, wie wir auch mit anderen Gesprächspartnern sprechen können. Es gibt ja tatsächlich sehr viele, die checken es einfach nicht, was hier abgeht. Und die Vorgänge lassen doch sehr klar den Schluss zu, dass die NATO keinen Frieden will. Und dann kommt etwas am Sonntag. Das zieht einem komplett die Schuhe aus. Jetzt ist es bewiesen, dass die Russen einmarschiert sind in den Osten der Ukraine. Eine AI hat Satellitenbilder geliefert. Amnesty International. Ja, zunächst mal sagt man, was geht denn hier ab? Und ich sage mal, wie immer sitzen wir hier da. Nein, wir sind nicht in der Ostukraine. Wir wissen nicht, sind die Russen einmarschiert, sind sie nicht einmarschiert, haben sie Waffen geliefert oder kämpfen sie direkt mit. Wir wissen das alles nicht. Aber es gibt auch ein paar Dinge, die wissen wir ganz positiv. Wir wissen, dass Amnesty International sich Bilder von Digital Globe beschafft, die kein Mensch deuten kann, jedenfalls ich nicht. Und Amnesty International als ausgewiesener Militärexperte oder eben auch nicht, tätigt nun Aussagen, die der amerikanische Geheimdienst zu tun nicht bereit ist. Das ist ja auch vorausgegangen. Der amerikanische Geheimdienst hat ganz klar gesagt oder die NATO hat ganz klar gesagt, nein, wir haben keine Beweise. Da gibt es auch sehr schöne Materialien dazu. Also liefert Amnesty die Beweise. Nicht vom CIA, sondern von einem gewerblichen Bilderverkäufer. Dieser Bilder hat übrigens in der Ukraine-Krise schon ein paar Bilder geliefert. Zum Beispiel hat er auch schon den Absturz der MH17 als durch die Rebellen verursacht bewiesen. Das Ganze war kalter Kaffee. Ja, und das ist auch so ein schöner, ein sehr, sehr trauriger Skandal. Nein, wir wissen nicht, ich weiß nicht, wer MH17 abgeschossen hat. Wir kennen alle dieses schöne Foto von einem eigentlich plausibel erklärt Maschinengewehr durch siebten Cockpit-Seitenteilen. Es sind runde Löcher. Diese runden Löcher stammen nach meinem Dafürverhalten nicht von irgendwelchen Schrapnellteilen, von irgendwelchen Splittern, sondern sie stammen von Kugeln. Aber was wissen wir? Wir wissen, dass unsere Medien sagen, Russland muss für diesen Absturz, für diesen Abschluss sanktioniert werden. Wir wissen aber, dass die Medien keinen einzigen Beweis herbeischaffen, außer diesen Digital Globe-Bildern. Wir wissen, dass die Russen in einem halbstündigen Video sehr plausible angebliche Beweise, die natürlich für uns auch nicht als Beweise gelten können, liefern. Wir wissen, dass die Russen absolut plausible und notwendige Fragen liefern. Und diese Fragen wurden von niemandem auch nur erwähnt, geschweige denn beantwortet. Das heißt, wir können Ihnen ganz klar sagen, wer so argumentiert wie die Medien, hat keinerlei Grund zu sagen, die Russen seien schuld und sie gehören sanktioniert. Wer sich so als Reporter verhält, begeht ein Verbrechen, er ruft zum Krieg auf. Und das ist ein Verbrechen, das wir uns nicht bieten lassen müssen. So ist für mich die Argumentationskette. Und das kann ich schwarz auf weiß sagen. Diese Medien verhalten sich völlig daneben, völlig unhaltbar. Sie haben abgewirtschaftet, sie haben sich vollkommen diskreditiert. Ja, soll man von diesen Medien ein anderes Verhalten fordern? Das ist eigentlich fast zu spät. Nein, wir müssen unseren Mitbürgern sagen, und das ist das, was wir ihnen wirklich sagen können, was ihr hier lest, sind Propagandablätter, sie reden an der Wahrheit vorbei. Das wissen wir heute positiv. Ja, und wir hatten ja in der Vergangenheit schon mal Satellitenbildbeweise für ein direktes Engagement der Russen in der Ukraine. Nein, wie gesagt, nach wie vor, die NATO trifft solche Äußerungen nicht, ja, sie schicken andere vor. Und nun kommt Amnesty International und dann kommt der eine Satz und dann muss ich sagen, nein, jetzt hat Amnesty International auch abgewirtschaftet, jetzt sind sie komplett weg vom Fenster. Und das ist sehr schade, weil es bräuchte sowas wie Amnesty International. Sie sagen, es sei bewiesen, dass wir jetzt einen internationalen Konflikt haben. Warum sagen Sie das? Ja, natürlich haben wir einen internationalen, also einen internationalen bewaffneten Konflikt, und zwar deshalb, weil 400 amerikanische... Ich mache eine kurze Pause. 400 amerikanische Soldaten, Söldner von Blackwater oder Academy, wie sie heute heißen, befinden sich ganz offiziell in der Ukraine und beteiligen sich an dem Konflikt, wenn auch nur als Berater. Fünf Milliarden wurden investiert, um Faschisten aufzuhetzen. Es gab Konflikte in Odessa, ein Pogrom in Odessa. Es gab vollkommen ungeklärte Schüsse gegen Demonstranten, gegen Polizisten. Aber Amnesty spricht nun in diesem Zusammenhang von einem internationalen bewaffneten Konflikt. Und das ist die Zauberformel, auf die die Scharfmacher in der Ukraine und des Westens lange warten, die den Auftakt für einen Einmarsch oder für ein schärferes militärisches Engagement, sei es auch durch Waffenlieferungen, begründen könnte. Das heißt, Amnesty International liefert Munitionsfutter. Amnesty International greift in diesen Konflikt ein als Scharfmacher. Und damit sind sie keine Menschenrechtsorganisation mehr, sondern Kriegstreiberpartei geworden. Ich habe diese Argumentationspfade, übrigens beide Geschichten, auf der montagsdemonstrationen.org eingestellt, meiner privaten inoffiziellen Unterstützerseite. Wer uns also interessiert, wer vor allem auch die Links zu den Informationen suchen will, als Argumentationshilfe, kann gerne diese Seite besuchen. Haben wir noch ein bisschen Zeit? Fünf Minuten oder etwas mehr? Dann würde ich gerne eine ganz, ganz heiße Kartoffel einmal anfassen. Wir sind hier so weit, dass wir schon fast alltäglich über Themen sprechen können, die allgemein auch gerne mal als Verschwörungstheorie übertitelt werden. Ich habe es inzwischen so weit gebracht, oder nein, nicht ich habe es so weit gebracht, sondern die Zeit ist so weit fortgeschritten, dass ich mit meiner konservativen Tante, mit ganz gewöhnlichen Leuten über diese Themen spreche. Ich kann sogar selber dieses Wort schon in den Mund nehmen, obwohl es nicht so wichtig wäre. Nein, es gibt keinen Widerstand. Aber mit dem Thema, das ich jetzt anspreche, wird es doch immer wieder ganz heiß. Und ich halte es für wichtig, dass wir es im Zusammenhang mit Demokratie, mit den Strukturen, die wir haben, Ich bin ein ganz großer Fan von unserem bestehenden deutschen System, auch wenn es teilweise pyramidal ist, praktisch. Aber in diesem System gibt es Unterstrukturen, und darüber wollte ich heute sprechen. Ich wollte speziell über die Freimaurer sprechen. Die Freimaurer selbst werden vielleicht manchmal etwas überbewertet. Wir haben in Deutschland angeblich, das ist jetzt eine Art offizielle Zahl, weil es oft im Zusammenhang mit freimaurerischen Bestätigungen gefallen ist. Deshalb nenne ich sie, wir haben wohl mehr als 10.000. Vielleicht sind es auch viel mehr, das weiß ich nicht. 10.000 Freimaurer, wir haben viel mehr Burschenschaftler, wir haben viel mehr andere Gruppen mit Sicherheit. Ich komme auf die Freimaurer, weil ich über sie ein paar Dinge weiß, die ich auch gewissermaßen offiziell weiß, die, glaube ich, einfach für unser Bewusstsein, für unser Verständnis, was hier abgeht, interessant wären. Entnommen habe ich diese Sachen aus einem Buch, das ich sehr stark empfehle. Das heißt, die Loge von Luigi Ranieri. Dieses Buch wurde von Freimauern für potenzielle Kandidaten geschrieben. Es wirbt ganz direkt zum Beitritt für Freimauer. Das möchte ich hier nicht tun, also um das ganz klar zu stellen. Ich möchte auch jedem die Illusion nehmen, er könnte durch den Beitritt zu den Freimauern irgendetwas bewirken. Man hat es als Nicht-Freimauer vielleicht in der Wirtschaft und in der Politik und vielleicht sogar in vielen NGOs deutlich schwerer. Aber wenn man wirklich etwas bewirken will, hat man als Nicht-Freimauer mit Sicherheit mehr Freiheiten. Ja, was habe ich aus diesem Buch entnommen? Das sind ein paar Dinge, die habe ich mir übrigens auch von Freimauern bestätigen lassen. Deshalb denke ich, ich kann es wirklich sehr, sehr abgesichert sagen. Ein Freimauer, der aufgenommen wird, durchläuft ein Ritual und in diesem Ritual schwört er unter anderem Verschwiegenheit bezüglich der Dinge, die die Loge betreffen. Die Loge ist eigentlich die Freimauergruppe. Bezüglich der Brüder, das sind die anderen Freimauer, er hat die Dinge seiner Brüder so vertraulich zu behandeln, wie er seine eigenen behandelt. Und das steht in dem Buch auch an einer bestimmten Stelle, selbst wenn er eine Verschwörung aufdeckt als freimaurerische Sache, darf er sie nicht enthüllen. Das ist die eine Sache. Er schwört, das klingt jetzt auch noch so ganz nett und plausibel, es macht nur einfach den Charakter deutlich, aber es ist etwas, was man vielleicht in anderen Gruppen irgendwie auch selbstverständlich voraussetzen würde. Er schwört, seinen Brüdern zu helfen, also den anderen Freimauern. Er schwört, es ist jetzt nicht mehr selbstverständlich gehorsam gegenüber seinem Großmeister. Das heißt, sein Großmeister, also der Leiter dieser Loge, kann keinen Auftrag geben. Er muss diesen Auftrag nicht befolgen, wenn er gegen das Gesetz geht. Das ist interessant, aber ich meine, gegen das Gesetz, also nicht gegen das Gesetz, schließt viele Möglichkeiten ein. und mit Sicherheit kann der Großmeister ihn von jeder Aktion abhalten, die aus irgendeinem Grund unangenehm wäre. Das heißt, man hat einen großen Teil seines freien Willens an der Stelle prinzipiell abgegeben, prinzipiell mal. Ich vermute, dass es sehr wenige Freimacher auf unserer Augenhöhe betreffen wird, dass sie wirklich etwas gegen ihren Willen tun müssen oder dass sie etwas nicht tun können, was sie gerne tun würden. Es könnte aber dort der Fall sein, wo etwas mal brenzlig wird, im Sinne der großen Macht. Eine Freimacher-Loge ist pyramidal angeordnet. Die Pyramide ist ein bekanntes Freimacher-Symbol. Die Räten der Logen, der Freimacher-Logen, sind seit knapp 300 Jahren weltweit einheitlich. Wenn ich in Deutschland oder in England oder sonst wo aufgenommen werde in eine Freimacher-Loge, bin ich in jeder anderen Loge der Welt angenommen. Diese einfache Tatsache legt für mich den Schluss sehr nahe, dass die Macht, die an der Spitze der Freimacher steht, weltweit wirken kann. Es ist nicht plausibel, dass diese Macht mehrere wirklich befeindete Mächte oder im Sinne der größten Macht über den Freimacher befeindete Mächte befehligt. Das schließt nicht aus, dass viele Logen gegeneinander tatsächlich in Feindschaft stehen und dass viele Protagonisten in der Erde, also beispielsweise Putin gegen die NATO, tatsächlich in Feindschaft stehen. Das heißt, dass Putin in einer echten Not stehen könnte. Aber es ist anzunehmen, es ist etwas, was ich nicht genau weiß, aber es ist anzunehmen, dass die Freimacher-Strukturen auch in Russland gelten. Das wollte man zumindest nicht ausschließen. Die freimacherischen Strukturen gelten zum Beispiel laut diesem Buch in ähnlicher Weise auch in der Mafia. Die Mafia sind keine Freimacher, da haben sie sich auch kräftig distanziert. Aber wer schließt denn aus, dass die Macht über der Mafia dieselbe ist wie am Ende über die über den Freimacher? Gesten, die mir bekannt sind, mit denen sie sich zu erkennen geben, stelle ich jedenfalls fest, werden teilweise übergreifend verwendet von völlig unterschiedlichen Gruppen, die nicht Freimacher sind. Das heißt, wir haben weltweit Strukturen, die subtil arbeiten, manchmal weniger subtil, Spals und Don'ts sind vielleicht keine Freimacher, vielleicht gehören sie letztendlich doch auch formell zur Struktur, das weiß ich nicht. Aber in irgendeiner Form müssen wir oder müssen wir es für Wahrscheinlichkeiten, mindestens für möglich halten, dass diese Strukturen zusammengeknüpft sind und dasselbe Macht dienen. Ja, und warum es interessant ist, mein starker Eindruck ist, dass diese Strukturen, und das mag dann vielleicht auch nicht unbedingt die Freimacher betreffen, aber Leute, die letztendlich der großen Struktur dienen und subtil arbeiten, solche Leute treffen wir auch bei den NGOs an. Das sind dann prominente Fälle, wie zum Beispiel wieder bei Amnesty International, wo eine hohe Mitarbeiterin von Frau Clinton inzwischen im Vorstand steht. Das mag auch im Zusammenhang mit den jüngsten Vorgängen stehen. Solche Dinge erlebt man aber auch bei Organisationen wie denen, wo wir hier sind. Ich glaube, die Montagsdemonstration ist durch ihre spezielle Organisationsform noch relativ frei von solchen Einflüssen. Aber es ist ganz wichtig, dass wir die Augen für sowas offen halten. Und ja, bezüglich der Pyramiden, ich bin ein Anhänger von hierarchischen Systemen, ich will das ganz klar sagen, weil ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir auch unternehmerisch denken, dass wir denken, wir brauchen Leute, die wirklich die Hosen anziehen, die Dinge in die Hand nehmen. Was wären wir unseren RIG? Was wären wir ohne Leute, die ein Unternehmen, eine Organisation aufziehen? Das Wichtige ist, dass die vielen Schafe die Augen aufmachen, dass wir viel weniger Leute in unseren Vereinen und unseren Parteien haben, die diese Strukturen ignorieren, die nicht wahrhaben wollen, was dort vor sich geht, dass wir einfach nur ein bisschen mehr Detektivarbeit leisten. Gerade in den Vereinen, in denen wir arbeiten, in den NGOs, in denen wir arbeiten, auch bei den Montagsdemonstrationen, wo ich derartiges noch nicht beobachten konnte. Ich konnte es aber auch schon in sehr, sehr interessanten und sympathischen Vereinen und Firmen beobachten, dass diese Strukturen beginnen und ich konnte es dann auch teilweise leider beobachten, dass, wenn diese Strukturen stärker wurden, diese Vereinigungen über den Bach gingen. Das heißt, immer wenn Leute immer Recht haben, einfach mal ein nettes Bild, nehmen wir eine Versammlung, mit 40 Leuten, mit 100 Leuten. Vorne haben wir zwei Redner, einen authentischen, echten, der eine gute Meinung vertritt und einen falschen, der eine Meinung vertritt, die ihm vorgegeben wurde. Und jetzt haben wir drei Leute im Publikum, die geschult sind. Geschult sind diese Leute im Allgemeinen besser als wir, übrigens auch in der Organisation von hierarchischen Strukturen. Ich denke, wir sollten nebenbei viel von ihnen lernen, aber nicht durch Mitgliedschaft. Und drei Leute, die vorbereitet sind, diskreditieren den authentischen und werfen dem falschen Redner die Bälle zu. Muss ich euch sagen, wer am Ende das Oberwasser hat. Und es ist an uns, es ist an den demokratischen Leuten, also ich will eine veränderte Demokratie in erster Linie bei den Leuten, ganz unten, bei uns allen. Wenn wir die Augen dafür haben, was dort vor sich geht, dann lassen wir uns nicht mehr Falsches erzählen. Es reicht oft ganz einfach zu sagen, was sagt er denn, welche Werte vertritt er. Und wenn er die falschen Werte vertritt, dann sollten wir ihn abwählen. Und wenn er noch so glänzt, und wenn jemand die besten Kontakte hat, wenn er die falschen Dinge sagt, dann muss er weg. Wir müssen nicht die Strukturen erkennen, wir müssen die Leute nicht in die Loge verfolgen, wir müssen keine Wanzen aufstellen, wir müssen unserem Herz folgen, das kann uns ganz viel helfen. Vielen Dank erst einmal, dass ihr mir hier zugehört habt und so schön genickt habt. Ich bin mit diesen Sachen ganz oft angestoßen. Es gibt in der Vergangenheit ganz viele Leute aus unseren Kreisen, die das nicht hören wollten. Und ihr habt es euch angehört, das hat mir gut getan, vielleicht nutzt es euch. Noch ein paar. Danke, ein paar Kleinigkeiten in eigener Sache. Ich habe am Wochenende wieder in meinem Kämmerchen gesetzt und gehackt. Ich habe die Montagsdemonstrationen.org ein bisschen weitergebracht. Dort ist auch ein Link an manchen Stellen auf die tellityourneighbor.de. tellityourneighbor.de ist eine Plattform, an der man sich auch beteiligen soll. Irgendwann mal bis jetzt ist noch kein Forum richtig funktionierend eingerichtet. Möchte ich auch noch machen. Ihr könnt mir bis jetzt einfach nur mailen. Es sind zwar Flugblätter zum Runterladen. Zum Beispiel Flugblätter für eure Freunde, dass sie mal auf die Montagsdemonstration gehen könnten. Flugblätter, die man auf Zeitungskästen legen könnte, wo draufsteht, hat euch die Zeitung eigentlich schon mal gesagt, warum jetzt Putin sanktioniert werden soll und warum Putin MH17 abgeschossen haben soll. In diesem Sinne, textet auch Flugblätter und schickt sie mir zu. Vielleicht ist das generell eine Möglichkeit. tellityourneighbor.de könnte eine Plattform sein. Ihr findet den Link auf der montagsdemonstrationen.org oder auf der ulrichsommer.net. Wer es vergessen hat, soll noch mal zu mir kommen. Applaus Ja und noch eine Webseite von mir ist schon seit vielen Jahren im Netz. Ich habe jetzt noch einige Wochenarbeitszeit reingehängt, um sie abzuaktualisieren. Das ist die energiechance.de Ich habe dieses Thema Energie neulich schon mal angesprochen. Es sind viele Quellen. Das ist überhaupt etwas, worauf ich mich bei den meinen Webseiten bemühe, dass ich euch Quellen liefere als Argumentationshilfe. Viele Quellen zum Thema, wie sieht es mit der Energiesituation auf unserem Globus und in Deutschland aus und wie können wir Energie sparen und welche Potenziale gibt es dort und ich sehe eine sehr reelle Chance und ich halte das auch für ein sehr wichtiges Friedensthema am Ende. Denn über unsere Energieabhängigkeit werden uns gegenüber Kriege gerechtfertigt. Nein, wir brauchen die Kriege nicht, die Bürger wollen das nicht. Man tut so, als ob wir es dann bräuchten. Aber ohne die Abhängigkeit von Energie und die kann jeder für sich selber schaffen, sind wir auch viel freier. Also auch dieses Thema. Ich werde auch hier noch einen Link auf die montagsdemonstrationen.org setzen, die ist noch nicht drauf. Es wird eine kleine News dazu kommen. Ansonsten, wenn ihr euch die montagsdemonstrationen.org merkt, dann findet ihr die anderen Sachen auch. Ja, vielleicht ist es die letzte Rede heute in Braunschweig. Vielleicht bin ich auch nochmal da nächsten Montag. Ich weiß es nicht, ist alles noch offen. Aber für den Fall, dass es das letzte Mal sein sollte, nehme ich schöne Grüße nach München, vielleicht auch nach Ingolstadt und wünsche euch alles Gute, habt viel Spaß, werdet noch mehr, bleibt mindestens so schön wie ihr heute seid, als von der Stimmung her. Alles Gute, Wiedersehen. Danke. Und ganz liebe Grüße nach München von dir, wenn du wieder unten bist. Aber vielleicht sehen wir uns ja Montag nochmal.